Lappland, Finnland. Wenn aus Rentieren Renntiere werden, dann hat der Lappe seinen Spaß. Und schnell werden diese Tiere, auch mit Skifahrer hinten dran. Je nach persönlicher Ausstattung zwischen 60 und 80 Kilometer in der Stunde, das alles mit einer Rentierstärke. Die Beschleunigungswerte von 0 auf 60 sind leider nicht überliefert, wohl aber der Sieger. Die 66. King of Reindeer Championship gewinnt Juha Wulab. Alter Finne. Madonna di Capiglio Italien. Ski-Mountaineering nennt sich das, was Sie sicher alle kennen von ihrem Skiurlaub. Das sind diese bewundernswerten Menschen, die vor der Abfahrt erstmal hochlaufen. Oben angekommen, die Steigfälle runter und endlich die Abfahrt. Bisschen viel Rückenlage, aber egal. Der Schluss-Sprint auf diesen Schuhen, besser nicht nachmachen. Matteo Eidalin gewinnt beim italienischen Dreifacherfolg. Madonna. Petro Zawotzk, Sibirien. 250 Kilometer Eis. Hier taut so schnell nix. Deshalb haben sie ein Schwimmbad reingesägt in den riesigen See zum Eisschwimmen. Weltcup-Finale. Christoph Wandracz hat schon alles durchschwommen, was Menschen möglich ist. Aber für 0 Grad Eiswasser braucht's ne robbenartige Fettschicht. Und Wandracz stellt jeden Gegner kalt. Ob über 25 oder 200 Meter und gewinnt die Gesamtwertung. Bei den Frauen ebenfalls ein deutscher Sieg. Jacqueline Jänecke. Tawarisch Jarraschow. Ab in die Wüste. Marokko. Dakar-Sieger Nasser Alatia will's auch in der Berzuga-Rallee wissen. Mit seinem Co-Piloten Mathieu Bommel im Side-by-Side-Buggy. Die fünfte und letzte Etappe. Wieder finden die beiden die schnellste Linie in diesem Sandkasten. Mit seinem Can-Am gewinnt er nicht nur dieses Teilstück, sondern auch die Gesamtwertung. Absolut hot. Wir bleiben in Marokko. Der Marathon des Sables. Ein Ultralauf über insgesamt 230 Kilometer. Sechs Etappen in sieben Tagen. Zwischen 20 und 80 Kilometer sind die Teilstücke lang. Verpflegung und Ausrüstung inklusive Zelt muss jeder selbst mitschleppen. 1200 Teilnehmer begeben sich auf die Strecke. Und nächsten Sonntag wissen sie wahrscheinlich mehr. Denn da wird's wieder ein Sport aus aller Welt geben. Ganz sicher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.